Sie sagte, Monster aus dem Wald hätten sie vor dem Dorf angegriffen. Zirrila, wenn du als Zirrila spielst, hast du keinen Zugriff auf das Inventar, und kannst keine Zeichen wirken. Und damit herzlich willkommen zurück. Ja. Herzlich willkommen zurück bei The Witcher 3, wo wir jetzt offenbar nicht mehr als Geralt von Riva spielen, sondern als Zirrila, als so eine kleine Ziehtochter, die inzwischen gar nicht mehr so klein ist, wie es aussieht. Und auf die er nun sucht quasi, auf der Suche nach ihr ist er ja nun die ganze Zeit. Haarschleierlinge. Äh, warum sammle ich eigentlich? Es bringt ja sowieso nichts zu sammeln. Zirris Geschichte der Wolfskönig, folge dem Flussbett und suche nach Wölfen. Wölfe. Wow! Junge Dame! Na nun! Kannst wieder runterkommen. Wer bist denn du? Hallo! Hast du dich verirrt? Ein bisschen schon. Und du? Nein, generell gar nicht. Wir sind genau da, wo wir sein wollen natürlich. Ich verirre mich nie. Hm, wenn das stimmt, was machst du dann alleine so tief im Wald? Nach verirrten Mädchen suchen. Was ist dir denn passiert? Das? Ist gar nichts. Erzähl mir doch, wo du wohnst. In Lindenthal. Da wird man deine Wunden versorgen. Ob das so funktioniert, weiß ich ja gar nicht. Und vor allem, was macht sie denn hier im Sumpf? Wie bist du denn hierher gekommen? Mit meinem Vater. Ich sollte dem süßen Pfad folgen und essen, was ich mag. Er wollte warten. Also hab ich das gemacht. Aber dann wollte ich ein Schmetterling fangen und kam vom Weg ab. Was ist denn der süße Pfad? Warum wollte dein Vater, dass du dem süßen Pfad folgst? Weil wir nichts mehr zum Frühstück hatten. Versteh ich nicht. Ich war böse. Hab den Milchkrug zerbrochen. Deine Eltern waren wohl wütend. Mutter fand, ich sollte Haue kriegen. Aber Vater sagt, es gibt sowieso zu viele Mäuler zu stopfen. Oh man. Mich zum süßen Pfad zu schicken wäre die Lösung. Der süße Pfad. Hört sich ein bisschen nach Hänsel und Gretel an. Du und dein Vater. Wann seid ihr aufgebrochen? Heute früh. Hat die Sonne euch das Gesicht oder den Rücken gewärmt? Den Rücken. Dann müssen wir nach Osten. Komm. Ich bring dich heim. Und ich sag deinen Eltern, dass sie keine Kinder im Wald verlieren dürfen. Wir können nicht heim. Der Wolfskönig und sein Rudel. Wer ist denn der Wolfskönig? Wölfe haben keinen König. Diese schon. Hast du ihn gesehen? Ja. Naja. Von hinter nem Baum. Er war riesig. Mit großen Augen und Zehen. Und er war schrecklich fürchterlich. Schau, was ich auf dem Rücken hab. Wölfe fürchten es. Könige auch. Komm. Ich helf dir hoch. Ach, die Gretka. Ist ja irgendwie niedlich. Oh. Dann lauf doch nicht voraus. Alter, Alter, Alter. Boah, wie viele. Das sind wahrlich viele. Ah, der ist schon tot. Alter Schwede. So, wo ist denn die Gretka? Die wartet da irgendwo, glaub ich. Zumindest lebt sie noch. Da steht immer noch Schütze sie. Ach, so. So. Mein Vater. Meiner könnte noch viel mehr. Komm. Na, ob das so stimmt, dass er viel mehr könnte? Da läuft sie schon wieder. Und läuft sie schon wieder voraus. Überall sind hier Wölfe und die Kleine stürmt einfach voraus. Zumindest warten sie jetzt. Was haben wir denn hier? Oh, massakriert. Von einem etwas mit enormen Klauen. Das kommt mir bekannt vor. Lohnt es sich eigentlich den Loot mitzunehmen, weil wir können ja sowieso nichts benutzen. Aber rohes Fleisch vielleicht doch. Wobei, Ciri ja auch selbst Heilungskräfte hat. Geralt ja nicht. Ich. Ih, was ist das denn? Schau mal. Da ist etwas. Bleib hier. Geh nicht weiter. Aber. Nichts aber. Bleib hier. Ich muss mir was ansehen. Blut unterlaufen, aber noch feucht. Noch nicht lange tot. Lippen geöffnet. Geschwollen. Zunge zerbissen. Große Schmerzen vor dem Tod. Oh. Brust zerschmettert. Lunge wohl von den Rippen durchbohrt. Etwas hat ihn gepackt und gegen den Baum geschmettert. Hm. Das Bein abgerissen? Nein. Abgebissen. Das ist furchtbar. Bleib da und sieh weg. Was ist das? Kein Mark mehr. Interessant. Ein Werwolf. Mal sehen. Oh, die Leber ist weg. Warum wühlst du in seinem Bauch? Würdest du mal nach deinen Schnürsenkeln sehen? Den Wolfskönig gibt es wohl wirklich. Aber er ist ein Wehrwolf. Was ist mit ihm passiert? Er hatte einen Unfall. Mhm. Klar. Das war der Wolfskönig. Seit wann sind Kinder so schlau? Und was, wenn der Wolfskönig uns findet? Gute Frage. Ich habe kein Silber, aber kann Klingenöl machen. Öl? So wie wir es aus Rapsan machen? Nein. Ein viel spezielleres Öl. Aus Hundeteig? Wolfsbann? Hundspetersilie und Wolfsleber. Wird dem Wolfskönig schlimme Schmerzen bereiten. Du bist klug. Woher weißt du so etwas? Von deinem Vater? Nein, von meinem Onkel. Onkel Wesemir. Ach der Wesemir. Hoffentlich geht's dem gut. So, wir brauchen Hundspetersilie. Zwei Wolfsbannen haben wir schon. Ich glaube, Wolfsbannen waren... Warte, da war doch... Da, diese lilanen brauchen wir, glaube ich. Na. Die Kleine stürmt wieder voraus, ganz klar. Hallo? Zutaten. So, Wolfsbannen haben wir zwei Petersilie brauchen. Wir haben noch gar keine. Das hier? Ist ein Mistelzweig. Würde sich Miraculix freuen. Und da unten haben wir wieder Freunde. Hörst du? Wölfe! Versteck dich, rasch! Hallo, ihr Süßen. Hm, 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 hm. Ja, ich hab einmal geblockt. Habst du gesehen? Ich hab einmal geblockt. Man glaubt's gar nicht. Ich probier mal was. Na, greif schon an. Hallo? Äh. Äh. Ich glaub, der spielt. Ich glaub, der mag uns. Ach, Schnauze. Ah! Sie sind weg. Du kannst rauskommen. Die hast du aber zugerichtet. Da wird der Wolfskönig wütend sein. Das mag sein. Ich hoffe, er kommt dann raus, wo immer er ist. So, das war einer, das war einer von diesen Petersilien. Jetzt brauchen wir noch eine. Ist das da... Schicken Eltern ihre Kinder oft den Süßigkeiten hinterher? Manchmal die Kinder. Manchmal gehen sie auch selbst. Und kehren sie zurück? Und kehren sie zurück? Nein, warum auch? Am Ende des Weges gibt es genug zu essen. Das hört sich furchtbar, furchtbar traurig an. Da hinten. Hier lang! Durch die Höhle! Geh voran! Tolle Idee! Durch die Höhle! Geh voran! Zum Kind sagen! Tolle Idee! Da haben wir sie! Nanü? So, jetzt hab ich alles. Fehlt nur noch ein Feuerplätzchen, wo ich das Öl in Ruhe herstellen kann. Was machst du da? Ich fette meine Klinge ein. So. Mal sehen, wie wirksam Onkel Vesemirs Rezepte sind. Ah, wir sind wieder beim abgeschlachteten Mann. Kleiner läuft wieder voraus. Wölfe sind ja eh schon tot. Das heißt, jetzt stellen wir uns vielleicht... ...dem Wolfskönig... ...in der Gedu-Voran-Höhle. Und ich könnte schwören, ab und zu höre ich einen Mann irgendwo mit darunter schreien. Was ist das hier eigentlich? Ach nichts, okay. Da ist die Höhle. Komm Kleiner, geh mal voran. Dann lenken wir den Wolf von uns ab. Tolle Idee. Ach so süß. Besuch. Der Wolfskönig. Was? Der Wolfskönig. Glaubst du mir jetzt? Ja, versteck dich. Das war der Wolfskönig. Der Wolfskönig. Der Wolfs. Der Wolf. Der Wolf. bald hatte jemand weniger glück das muss jahren sein wir kamen aus mittelheim als das vieh angriff ich konnte fliehen aber jahren die kleine keine details habt ihr verbandszeug zu hause und brandwein leider habe ich ein zwei hieber abgekriegt nein fräulein doch mein herr ist ein mächtiger mann der hilft dir bestimmt vielleicht belohnt er dich sogar für deine tat na schön bring uns zu deinem herrn der rote baron der rote baron der schwarze ladebildschirm einige stunden später wen hast du denn da angeschleppt man das ist nicht meine tochter die kleine auch nicht nein verdammt ich kenne doch mein kind die große mag nicht deine seien doch die ähnlichkeit ist verblüffend also was ist mit der belohnung du wirst nicht einen beschissenen körper sehen verschwinde sonst werde ich die hunde loslassen na schmeckt der eintopf sehr gut danke lange nichts gegessen offensichtlich schön dass es dir schmeckt dann wartet ein bad nach dem essen und etwas schlaf wäre auch nicht schlecht gretka kann im winkel hinterm herz schlafen und du im gästezimmer gegenüber der küche danke ich ist jetzt wir reden wenn du ausgeruht bist ist da ein haken dran ich befahl den männern sie zu bewachen und ließ sie schlafen und das erzähle ich dir ein andermal das kleine mädchen das mit ciri her kann was ist mit ihr passiert gretka die ist wohl auf sie hilft in der küche ciri hat mir von den eltern und ihre entscheidung erzählt ich werde die kleine nicht nach hause schicken hier hat sie was zu essen und eine eigene warme ecke es fehlt ihr an nichts und was ist mit ciri habe ich dir schon gesagt darüber reden wir ein andermal er will also etwas von uns ich will ich muss sie finden verstehst du ich brauche jede noch so kleine information verstehe aber du musst wissen meine frau und meine tochter sind auch verschollen hier ist mein vorschlag finde meine lieben und ich erzähle dir alles was ich über dein mädchen weiß warum sollten wir ihm trauen das ist eine berechtigte frage natürlich aber andererseits er will was von uns wir wollen was von ihm eigentlich eine faire situation gut ich helfe dir ich suche deine familie aber dann rückst du mit allem raus was du weißt mein wort darauf wann hast du sie zuletzt gesehen sie sind nach neumond verschwunden wie von schatten verschluckt was meinst du mit verschwunden genau das ich bin eines morgens aufgewacht und sie waren weg ich muss erst mal wissen wie sie aussehen ich bin ja so Hast du sie schon gesucht? Ich habe sofort Männer losgeschickt. Bodenbretter rausreißen, um versteckte Kornsäcke zu suchen, können sie wohl. Nach lebendigen Menschen suchen ist eine andere Sache. Außerdem, Wählen besteht nur aus Sumpf und Wald. Nichts als Schlupfwinkel. Wenn man jemanden verstecken will, ist man hier goldrichtig. Aber warum sollte denn jemand die beiden verstecken wollen, wenn es keine, sagen wir mal, Lösegeldforderung oder irgendwas gab? Vielleicht wurden sie entführt. Habt ihr Feinde? Höchstens tauge nicht zu und wütende Bauern. Niemand würde sich trauen, auch nur einen Finger gegen uns zu erheben. Wer das getan hätte, lege schon lange im Staub. Nicht, wenn er eure Frau und eure Tochter als Geisel hat, vielleicht, oder? Ich weiß es nicht. Gab's was Ungewöhnliches, ehe sie verschwanden? Änderungen im Verhalten? Seltsame Aktionen? Ungewöhnlich? Nein. Ein paar Bauern klagten, dass eine Frau beim Brunnen von einer Bestie zerrissen wurde. Das war schon die zweite. Nichts Neues für Wählen. Und meine Frauen? Anna war still wie immer. Tamara war mit ihrem Kram beschäftigt. Auch wie immer. Also nichts, was er uns um die beiden sagen kann. Dieser Ort muss schwierig sein, wenn es sonst keine Frauen gibt. Dieser Ort? Was soll das heißen? Es hat ihnen an nichts gefehlt. Fasan zum Abendessen, blaue Schleifen aus Toussaint. Alles, was sie wollten. Ich dachte an deine Männer. Die haben deinen Frauen auch wirklich nicht zugesetzt? Sie sind allesamt Hurensöhne. Aber sie wissen, was sich gehört. Sehe einer meiner Frauen auch nur schief an, würde ich ihn schlachten wie einen Hund. Gut, das ist deutlich. Ich muss noch viel mehr wissen. Kann ich ihre Zimmer sehen? Wozu? Ich brauche Hinweise. Anhaltspunkte. Die Öle aufs Schwert. Gut, das haben wir schon rausgefunden. Wir bräuchten echt mal einen Schmied. Meine Tochter liebte Tiere, als sie noch klein war. Einmal sah sie einen Hirschkopf an der Wand. Und was fragte sie da? Keine Ahnung. Papa, ist der Rest vom Hirsch auf der anderen Seite? Stell dir das nur vor. So eine Trophäe. Sie ist ja fertig aus. Das arme Schwein, das ihr was antut. Ich ziehe ihm die Haut bei lebendigem Leib ab. Hier ist es. Verdammt, sie klemmt schon wieder. Unsere Schlafkammer. Tamaras Zimmer ist dort. Bring aber nichts durcheinander. Bei ihrer Rückkehr soll alles so sein, wie sie es verlassen haben. Wir werden sehen. Weiß er noch irgendwas? Willst du dich nun umsehen oder nicht? Ja, ja, ja. Ich sehe mich schon um. Setze deine Hexersinne ein. Okay, erstmal sieht hier alles recht normal. Da ist Blut auf dem Boden. Offenbar nicht ganz so normal, wie man sich das denkt. Mitnehmen. Können wir mal was finden? Ich guck erstmal ganz kurz, ob wir hier vielleicht zufällig... ...reines Silber... ...soll ja alles so sein, wie sie es verlassen hat. Wo geht's denn? Hier hin. Abgeschlossen. Mhm, 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 mhm. Ganz leicht verruhiert das Gamepad ab und zu, wenn wir wieder näher kommen. Gold, Regen, Perle, Tintenfass. Ach ja, ja, ja. Wir dürfen hier auf gar keinen Fall was anrühren. Das sind die beiden, glaub ich, ne? Pass auf. Bevor wir jetzt, bevor wir weitersuchen, wollte ich nochmal ganz kurz gucken. Nicht im Bestiarium, sondern hier. Bei den Charakteren. Der blutige Baron. Bei seiner ersten Begegnung mit Baron Philipp Strenger überraschten Geralt die zahlreichen Widersprüche des Mannes. Der ehemalige temerische Soldat war ein Wendehals, der nach der krachenden Niederlage seiner Armee den elfgadischen Besatzern gedient und mit ihm verhandelt hatte. Die örtlichen Bauern nannten ihn den Blutigen Baron, was nahelegte, dass er seine Vasallen nicht gerade mit Samthandschuhen anfasste. Andererseits war er überraschend gastfreundlich einem unerwarteten Besucher gegenüber, den er nicht kannte und der zudem ein professioneller Monsterschlechter war. Ferner standen das banditenartige Erscheinungsbild und der schreckliche Spitzname des blutigen Barons im Widerspruch zu seinem Umgang mit Frauen und Kindern, für die er aufrichtige und fast väterliche Sorge zeigte. Ciri hatte sich selbst herausgefunden, als sie unter seinem Dach Zuflucht und Obhut fand. Im Gegensatz für Informationen über Cirilla verlangte der Baron von Geralt Hilfe bei der Suche nach seiner Frau Anna und seiner Tochter Tamara. Beide waren vor einiger Zeit spurlos verschwunden und der Baron verlor allmählich die Hoffnung, sie jemals wiederzusehen. In einer solchen Lage war ein Hexer natürlich ein Geschenk der Götter. Ach, den Hendrik hatten wir vorhin auch noch. Ach man, irgendwie gibt's ja zu jedem was. Tamara strenger. Tamara, die Tochter des Barons, war mit ihrer Mutter bereits einige Zeit vor Geralts Ankunft in Krenfels verschwunden. Der Baron beschrieb sie als bezauberndes junges Mädchen von 19 Sommern und als seinen Augapfel. Kein Wunder also, dass der Herr von Krenfels sie unbedingt finden wollte und umso weniger verwunderlich, dass sie vielleicht auch weglaufen wollte. Man weiß es nicht. Wo ist denn hier seine Frau? Tamara, das war so eine Tamara strenger. Anna strenger. Bei seinem Besuch in Krenfels traf Geralt Anna strenger nicht an, die Frau des blutigen Barons. Sie war ebenso wie seine Tochter Tamara einige Zeit vor der Ankunft des Hexers unter unklaren Umständen verschwunden. Geralt erhielt jedoch eine ausführliche Beschreibung der Vermissten. Anna war eine gut aussehende Mitwürzigerin mit grünen Augen und rabenschwarzem Haar, das sie in einem straffen Knoten trug. Nun gut. Von dem Knoten sieht man da nichts. Ich dachte gerade nur, wenn man das Bild sieht, kann man da mal schauen, ob wir nähere Informationen erhalten. Da gibt es auch nichts. Wir setzen gleich die Hexersinne ein. Lalalala, hier gibt es gar nichts. Hier gibt es überhaupt gar nichts. Ich meine natürlich Hexersinne. Wie peinlich. Da. Ein Kerzenständer. Wurde mit dem jemand erschlagen, weil er über Blut ist? Ein Kerzenleuchter aus Holz. Der Schaft ist gebrochen. Eine Mordwaffe vielleicht? Zumindest bricht so ein Schaft ja nicht von alleine. Hier sind das Fensterladen oder hing da vorher was? Die Wand sieht anders aus. Hier hing etwas. Hm. Das Bild. Die Größe stimmt. Ich habe mich schon gewundert, warum das riesige Bild da ist. Das passt da so gar nicht hin. Und warum meine Haare ständig im Wind fliegen, obwohl kein Wind ist? Man weiß es nicht genau. Schauen wir mal auf der anderen Seite. Es wird interessant. Das Holzstück sieht aus wie der Schaft eines Kerzenleuchters. Das ist kein Zufall. Hm. Hier könnte der Kampf stattgefunden haben. Ich muss nach Hinweisen suchen. Da sind Blumen. Schnittblumen. Er erwartet sie jederzeit zurück. Oder hofft es. Und da sind Kerben. Schon wieder Wolfskerben? Tiefe Kerben. Beschlagen mit einem schweren Gegenstand. Wahrscheinlich da mit dem Kerzenleuchter. Können wir das Blut hier nicht untersuchen? Nein, können wir offenbar nicht. Das hatten wir schon. Das hatten wir auch schon. Da war noch ein zusammengerollter Teppich gerade. Ich weiß gar nicht, warum der da rumsteht. Oh, Goldringen, Perlen. Ein Kästchen. Was auch immer in einem Kästchen. Ah, ach, jetzt können wir es plötzlich untersuchen. Okay. Also folgen wir wieder Geruchsspuren. Tatsächlich. Du siehst ja fertig aus. Vielen Dank. So, da waren wir noch nicht drin. Eine Bodendiele. Der Geruch führt uns zu einer Bodendiele. Warum? Mist. Hier ist Schluss mit der Spur. Vielleicht finde ich was anderes. Ein Talisman. Hm. Fichtenholz. Riecht nach Wachholder Weihrauch. Wohl ein volkstümlicher Schutztalisman. Die Frage ist, wogegen soll der schützen? Mehr werde ich hier wohl nicht finden. Okay. Die Spur führt also nur bis zum Talisman. Dann haben wir zumindest den einen Raum untersucht. Sprich mit dem Baron, über das wir sind aber noch... Der stinkt wie ne nilfgardische Leiche. Ja, 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 ja. Hier waren wir aber noch nicht drin. Das müsste ja der Raum der Tochter sein, glaube ich. Räuchermittel. Und ein alter Schlüssel. Ich frage mich, was eröffnet. Anis, Sandelholz und noch etwas. Safran? Sätze deine Hexer sind ein, um herauszufinden, wo der Geruch kommt. Das machen wir natürlich gleich. Voll am rumklauen hier. Ich hoffe, dass es fliegt nicht auf. Brief an Tamara. Hmhm. Inventar. Da gucken wir natürlich gleich mal. Du hast ein Klingenöl in deinem Minuetar. Trage es auf deinem Schwert auf. Ja, 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 ja. Können wir mal... Ja, wähle Nützliches aus. Wähle ein Öl aus. Das können wir gerne machen. Oh Gott, wir haben so viele Bücher, einfach nur. Öle, Ausfall mit A. Ich möchte doch aber gerade gar nicht. Brief an Tamara. Wir sind eher wie eine Familie. Wir unterstützen einander. Wir helfen uns, schwere Momente durchzustehen und mit der Vergangenheit zurechtzukommen. Denn eine Vergangenheit hat jeder von uns. Du musst dir also keine Gedanken machen, dass jemand in deiner herumstochern könnte. Wir haben eine Regel. Nie mehr erfragen, als jemand von selbst preisgibt. Die Vergangenheit zählt nicht bei uns. Nur die Zukunft und unser gemeinsamer Kampf gegen das Böse und die Verderbtheit. Gegen Perversionen und verabscheuungswürdige Praktiken aller Art. So, Öle, Waldkauz. Das sind keine Öle. Schwalbe müssen wir noch ein bisschen mehr herstellen eigentlich. Wo ist denn hier das Öl? Er will Lutze. Essen regeneriert Vitalität. Da haben wir selber noch einen schönen Wein. Starkbier, Wasserflasche, gegrilltes Hühnchen. Dörrobst. Das können wir uns auch aufs Schwert schmieren eigentlich. Wo ist denn hier das Öl? Waldkauz. Regeneration erhöht die Angriffskraft. Alles ganz toll. Schwalbe. Hm. Tja, keine Ahnung. Wird schon irgendwie stimmen. Was ich gerade mal mache, wie viel Wasser haben wir denn eigentlich da? Wir haben vier Bier da, aber gar kein... Ach doch, vier Wasser. Okay, 37 Fleisch haben wir. So. Was zu trinken auf den unteren Slot. Das können wir parallel machen. Dann regenerieren wir schneller. Eigentlich sollte man da auch Schwalbe drauf tun. Aber das möchte ich ein bisschen sparen für schwerere... Gegner. Für verzweifeltere Zeiten. Eine Puppe und Naschwerk. Liegt da noch eine Puppe? Ah. Hm. Ganz schön hässlich, die Puppe. Das ist eine, in die man Nadeln steckt, um jemandem weh zu tun. Voodoo auch noch. Haben wir jetzt auch noch mit Voodoo zu tun? So, hier. Ausmachen, ausmachen. Hier ist sonst gar nichts. Na gut, dann folgen wir dem nächsten Geruch. Von Sandelholz oder was? Überall nur Gesindel. Der führt uns jetzt weiter nach unten. Okay. Pff. Hey. Wenn der uns gerade angerotzt hat, dann schlachte ich den. Hol den Sonderling raus. Ich glaube, der Sonderling schläft. Na und? Also musst du jetzt gehen und ihn wecken. Haben die einen gefangenen Sonderling? Dürfen wir überhaupt klauen, wenn die Wachen daneben stehen? Auch mal dürfen wir alles mitnehmen, weil wir müssen ja ermitteln. Das ist ja wichtig. Das ist ja alles nur für die Ermittlungen hier gerade. Zwergenschnaps. Ah, oh, illegal. Mist, zerbrochene Haken. Ich hasse zerbrochene Haken. Die lasse ich drin. Da kommen wir nicht rein. Kornspeicher. Leere Flaschen. Offenbar haben die hier so einen Altglas-Container irgendwo, wo sie dann später ihre Flaschen wegbringen. Und offenbar rotzen die hier überall hin. Warum gibt's denn hier so viele Puppen, frage ich mich. So. Wie die hier nur am rumrotzen sind, wie ekelhaft. Na gut, aber wir sind ja zum Glück im Keller. Da sind noch Briefe, die können wir leider nicht lesen. Was macht er denn da? Was macht er denn da? Okay, ich glaub, der testet hier die Weine. Besoffenes Schwein. So, okay, wir folgen nochmal ein bisschen. Wohin führt uns das hier hin? Na nü. Laut der Minimaps sind wir grad dran vorbeigegangen, aber irgendwie führt der Weg trotzdem hier hinten hin. Da um die Ecke, das heißt wir gehen trotzdem erstmal hier rein. Wasserflasche, Schnaps ohne Ende, sehr geil. Das ist natürlich nur, um später die Wunden so ein bisschen zu desinfizieren. Die Wunden im Bauch. So. Alter Schwede. Blecher, Eisbärfell, Kandelabert, Zwirn. So ein verwesenes, oh toll, verwesenes Fleisch, endlich. Wie sehr wir den Baron grad beklauen, das sind glaub ich gar keine Worte für. Vor allem, wie viel der auch mitnehmen kann einfach. Halt, war da noch was? Nein. Aufgeschlossen. Mit dem Schlüssel, den wir oben gefunden haben. So. Ich warte nur auf die zerbrochene Haag, was ist das denn hier? Der Geruch scheint ja eindeutig hier hinzuführen. Das ewige Feuer. Und schön da alles hingemalt oben. Ein Gebet. Das lesen wir natürlich auch gleich mal vor. Ähm, ein Gebet. Ewiges Feuer, dass du unsere Herzen erleuchtest und uns dein Licht schenkst. Gib uns deine Wärme, trockne unsere Tränen, verbrenne unsere Feinde, gewähre deinen Freunden deinen Schutz. Gib meiner Mutter Gesundheit, bestrafe meinen Vater. Hilf mir, mein Schicksal zu erfüllen. Hat das die Tochter geschrieben? Warum steht da bestrafe meinen Vater? Das heißt, unser feiner roter Baron ist gar nicht so unschuldig, wie man meinen sollte. Der hat sich irgendwas zu Schulden kommen lassen. Deswegen auch die Kampfspuren oben bei der Mutter im Zimmer. Oder im ehelichen Schlafgemach. Ich glaube, der Vater ist schuld. Und das heißt, wir sollten ihn jetzt noch mal schnell zur Rede stellen. Bevor die Folge gleich wieder vorbei ist. Damit wir noch erfahren, was hier los war. Was denn hier? Wache des Barons. Ähm. Ja, nee, ich wollte nicht stöhnen. Ich wollte nur mal kurz... Alter. Wie die alle am Rumrotzen sind. Herr Feldwebel. Achso, entschuldige. Ich dachte, hier geht's weiter. Da geht's wahrscheinlich raus. Ich weiß. Ich will einen Brachenputzer vertragen. Zufällig Wodka. Ach, Gretka. Guck mal. Aber natürlich. Was soll ich denn sonst tun? Hey, Gretka. Du bist also Gretka. Genau. Und du bist Geralt. Woher weißt du das? Weil du weiße Haare hast und ein Medaillon, das wie ein Wolf aussieht. Siri hat mir von dir erzählt. Meine Freundin nennt mich Geralt Steiner Sprudel. Du und Siri hat wohl viel Geredet? Oh, ja. Hat sie gesagt, wo sie hin wollte oder was sie hier gesucht hat? Sie hat gesagt, dass sie nach dir und nach einer Zauberin sucht. Aber du bist hier, also hat sie dich wohl nicht gefunden. Ich frag mich, ob sie ihrem Freund geholfen hat. Hm, welchem Freund denn? Siri wollte einem Freund helfen? Weißt du, wer das war? Was meinst du mit wer? Ihr Freund. Sie sagte, er wäre in Schwierigkeiten und sie müsste ihn retten. Aber welcher Freund? Verdammt. Weißt du, wo Siri ist? Nein. Einmal habe ich ihr Frühstück gebracht und da war sie weg. Der Baron hat mir gesagt, dass sie gegangen ist. Hast du nicht gefragt, wo sie hin ist? Doch, aber er meinte, ich wäre zu klein und würde das nicht verstehen. Aber Siri hat mir ein Geschenk dagelassen. Ein Geschenk? Ja, das hier. Ein grünen Stein. Ein richtig schönes Geschenk. Versteck ihn gut. Zeig ihn keinen. Er ist sehr viel wert. Hm. Danke, Gretka. Viel Spaß. Aber ich spiele nicht. Ich helfe. Ich glaube, sie lernen gerade sprechen. Ich bin mir gar nicht so sicher. So. Fünfte Essenz. Aha. Alles für die Alchemie. Komisch, dass es hier in der Küche so viel davon gibt. Ein bisschen Erz. Darf auch in keiner Küche fehlen. Genau wie Alchemistenpulver. Nein, nein, im Moment klaue ich hier gerade. Kann gerade nicht töten, muss klauen. So, hier ist sonst ja nichts. Aber schick mir die Kaninchen und so. Okay, Gretka, ne? Mach's mal gut. Dann müsste das hier gegenüber der Küche doch eigentlich... Ciri war also hier. Ciri's Zimmer sein. Offenbar finden wir sehr viele interessante Sachen. Was auch immer das sein mag. Ein Kreisel. Ah. Spielzeug von Gretka. Ein Kreisel. Und da ist noch irgendwas. Die natürliche Unklarheit von Flüchen. Die natürliche Unklarheit von Flüchen von Lydia von Bredewort. Wo hatte Ciri das her? Das weiß ich nicht. Vor allen Dingen, was steht denn da drin in so einem Büchlein? Ne, das ist ein Naschwerk. Ist das ein Questgegenstand? Da ist der Kreisel. Da ist der Kreisel. Die natürliche Unklarheit. Geheimnisvolle... Was waren geheimnisvolle Notizen? Achso. Das braucht man ja eigentlich gar nicht mehr, die geheimnisvollen Notizen. Es sei denn, wir müssen ihn noch abgeben im Dorf. Mist. Die natürliche Unklarheit von Flüchen. Wer da meint, dass sich in Flüchen ausschließlich die bösen Absichten eines Wesens einem anderen gegenüber manifestieren, der irrt sich gewaltig. So sind Berichte über unfreiwillige Verfluchung der eigenen Person sowie von Objekten in der Umgebung erschreckend verbreitet. Die Konsequenzen sind schwer vorherzusagen. In vielen Fällen sind sie gravierend und können sogar den Tod desjenigen bedeuten, der vom Fluch getroffen wurde oder Zeit mit dem verfluchten Objekten verbringt. Daher ist es so wichtig, möglichst sorgfältige Schutzmaßnahmen gegen Flüche zu treffen. Als absolutes Minimum empfiehlt Madame Amelia Veracruz-Léon Reinigung von allen negativen Gedanken, Anstreben von Eins sei mit der Welt, Erreichen von Harmonie zwischen Körper und Geist. Na, das ist ja gut, dass wir zwischendurch immer mal meditieren. Eine Widmung für den Baron und seine Frau. Offenbar hatten sie hochrangige Freunde in Vysima. Aber wie kommt Ciri denn an den Brief ran? Offenbar hat der Baron sie um einen Gefallen gebeten. Sonst gibt's hier nix. Hier ist auch nix. Ihre Schuhe sind da, ihre Klamotten sind auch noch... Ah, sind auch noch da. Die müssen Ciri gehört haben. Offenbar hatte sie es eilig zu verschwinden. Wenn sie sich aber vorbereitet hat auf irgendwas, warum hat sie denn ihre Sachen dann liegen lassen? Das verstehe ich nicht. Hm, das sind die Familienangelegenheiten. Wo war denn hier... Ist das eine Nebenquest? Siris Zimmer. Nachdem Geralt in Erfahrung gebracht hat, in welchem Zimmer Ciri während ihres Aufenthalts auf Krenfels übernachtet hatte, sah er dort nach, ob Ciri etwas Hilfreiches für seine Suche zurückgelassen hatte. Außerdem nutzte Geralt gerne jede Gelegenheit, die Besitztümer anderer zu durchsuchen. Was? Hä? Geh zur Küche und sprich mit Gretka. Das haben wir doch schon gemacht. Achso, den Kreisel. Dann bringen wir ihm mal den Kreisel, da freut sie sich vielleicht. Und vielleicht kriegen wir noch einen Hinweis. Sch-Sch-Sch-Schwalbe. Sch-Schwalbe. Dornengestripp. Ja. Geralt. Hey, guck mal was ich gefunden hab. Erkennst du das? Mein Kreisel? Wo hast du ihn her? Ich habe ihn in Siris Zimmer gefunden. Gehört er dir? Ciri hat ihn für mich gemacht, als ich traurig war. Wir haben manchmal in ihrem Zimmer gespielt. Schade, dass sie gehen musste. Hm. 100 Erfahrungspunkte, aber wofür? Danke, Gretka. Viel Spaß. Aber ich spiele nicht. Ich helfe. Tötest du die Monster? Alle? Alle? Auf der ganzen Welt. Ist doch klar. Eine Tür war da noch. Abgeschlossen. Natürlich. Na gut, dann suchen wir grad mal, wo der Baron rumhängt. Da ist der Wachraum. Hier wahrscheinlich, oder? Warum leuchten denn die Fenster so her? Ach, der sitzt immer noch oben. Der sitzt noch oben und wartet. Verdammt. Wir haben ihm noch gar nicht Bescheid gesagt, was wir im Zimmer gefunden haben. Und ich klappe hier das ganze Haus schon ab. Wie peinlich. So, jetzt aber. Ich brauche nen guten Fick. Ja, leider haben wir nur ein Endscreen-Angebot. Keinen guten, ja, weiße Bescheid. Ja, dem Baron machen wir doch nicht mehr diese Folge. Weil wenn ich so auf die Uhr gucke, ich will ja auch niemanden überstrapazieren. Die Folgen sind ja mal wieder, also sie sind wieder exakt 20 Minuten lang, wie ich gerade sehe. Das funktioniert immer sehr gut. Vor allem bei so langen Spielen und so Story-Spielen. Ah, man will ja immer noch ein bisschen. Und dann hier nochmal und da fragt man nochmal. Und dann guckt man nochmal ganz kurz. Und plötzlich hast du schon irgendwie 6 Stunden gespielt. Das geht so ratzfatz. Und jetzt will ich natürlich auch wissen, wem hilft Ciri? Warum ist die wieder unterwegs? Ich dachte, vielleicht erfahren wir noch was. Aber in Wahrheit, naja, haben wir dann der kleinen Gretka den Kreisel gebracht. Die hat sich ein bisschen gefreut. Freue ich mich auch. Aber trotzdem würde ich mich noch mehr freuen, wenn wir wüssten, wo die Ciri denn jetzt hin ist. Und welchem Freund die helfen soll. Ich glaube, der Rote Baron weiß mehr. Und ich glaube auch, der Rote Baron hat, naja, der hat Dreck am Stecken. Was entweder seine Frau angeht und oder seine Tochter. Sonst würde seine Tochter ihn natürlich nicht verfluchen im Gebet. Das ist ja ein Gebet. Die wünscht sich ja nicht irgendwie, dass dem Vater besser geht oder dass die Dämonen ihn verlassen. Sondern sie will ihn sogar bestrafen. Das heißt, irgendwas ist da auf jeden Fall faul. Es sei denn, er ist überprotektiv. Das kann natürlich auch sein. Sie ist 19. Sie will vielleicht ein bisschen raus. Ein bisschen natürlich auch rumlaufen und lalala. Und man weiß es ja nicht. Ähm. Und er hängt da wahrscheinlich mit seiner schützenden Hand drüber. Lässt nix zu. Schlachtet jeden ab wie ein Hund, wie er gesagt hat. Naja, schauen wir mal. In der nächsten Folge erfahren wir hoffentlich, hoffentlich mehr. Ich hoffe, der Baron verrät uns noch ein bisschen. Und dann machen wir uns auf, seine Frau und seine Tochter zu finden, um darüber vielleicht den Aufenthaltsort von Ciri zu erfahren. Mal schauen, wie weit wir kommen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Gehört euch wohl. Untertitelung des ZDF, 2020